Der Medizinprofessor und Arzt Dr. Günther Gunia fragt sich, wie Wunder in der Medizin möglich werden. Und er fragt sich das vor dem Hintergrund seines Engagements und seiner Studien über die chinesische Medizin. Er hat sie studiert. Nicht als Laien, nein, als akademischer Arzt, als Professor. Und er setzt sich auseinander mit all den Fragen, die wir in der westlichen Medizin mittlerweile auch behandeln. Geht es manchmal auch leichter als mit schweren Medikamenten und schweren Eingriffen. Sind Akupunktur, sind Passage, sind andere Errungenschaften der chinesischen Medizin wirksam? Und er zeigt an seinen Patienten an Einzelbeispielen auf, dass das eine oder andere wirklich funktioniert. Ein spannendes Buch. Untertitelung des ZDF, 2020